Auf einen hämischen Tweet folgt ein subtiler Konter. Greta Thunberg ist bekanntermaßen kein Fan von US-Präsident Donald Trump. Nachdem er Greta Thunbergs Rede vor den Vereinten Nationen bei Twitter mit den Worten kommentierte, sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut, so schön zu sehen. Antwortet Greta Thunberg ebenfalls bei Twitter, aber nicht mit einem Tweet, wie es Donald Trump so gerne tut, sondern in ihrer Profilbeschreibung. Ironisch heißt es da, ein sehr junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. Das ist ein sehr junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut.